Konjunktiv 2 Vergangenheit Sind die Verben trennbar? Er hätte abgeholt. Sie hätte abgebrochen. Er hätte übernommen. Sie hätte besprochen. Er hätte vorgehabt. Sie hätte zugegeben. Er hätte versucht. Und noch einmal. Er hätte abgeholt. Sie hätte abgebrochen. Er hätte übernommen. Sie hätte besprochen. Er hätte vorgehabt. Sie hätte zugegeben. Er hätte versucht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Sch ruben Sie das. Sch electrode. Hier评be. Wir deux. aney